Und da geht es diesmal um Nattern. Das hier ist eine kalifornische Kettennattern. Es warten hier im Dresdner Tierheim auch noch Kornnattern. Zehn Nattern, die gerade ein neues Zuhause suchen. Die sind schon ein bisschen größer. Wenn man sich für so eine Schlange interessiert, muss man daran denken, die brauchen ein Terrarium, die brauchen Wärmelampen, die brauchen Wasserbecken. Die werden über anderthalb Meter groß und können auch ziemlich alt werden, zwischen acht und 15 Jahren. Man kann sich vorher informieren, man sollte sich vorher informieren, im Internet oder man kommt hier im Tierheim vorbei. Die Mitarbeiter helfen auch gerne. Also zehn Nattern warten gerade hier in Stetsch auf eine neue Familie. Das ist die kalifornische Kettennatter.